hallo leute ja wir sind hier wieder in simo trans fall tasten immer mehr und nicht wst wir haben letztes mal hier wohl wahrscheinlich was gemacht aber ja ich bin leider erkältet und mich haut das so ein bisschen aus den socken wir müssen gucken dass wir das hier irgendwo so ein bisschen hinkriegen was wir hier gemacht haben das war die burg okay ich glaube wir brauchten hier nichts mehr machen lassen uns auf karte gucken gehen hier unten hat man zuletztens auch gemacht wir sind da fertig hier sind wir fertig das heißt wir gehen jetzt auf die hauptinsel wenn das hier die hauptinsel ist und hier unten fangen wir mal an denke ich oder hagen hagen ist schifffahrts mäßig und dass die hagen machen wir jetzt nicht wo geht die reise hierhin von blankenburg nach isernhagen wo wir eine eisenbahn hin und dann schauen wir mal wie wir die machen so und dann geht die reise nach dieser burg und diesem städtchen wo sie nächste stadt wo hier ok das bedeutet wir werden hier so lang fahren oder sowas oder hier lang fahren kommen hier raus waren über diese städtchen da ist sogar noch links ja machen wir so gleise bauen geht es los wir starten hier gehen hier runter erst hat er schon gleich nicht gemacht auch gut fahren hier dran da vorbei hat hier gut geklappt na warte mal da machen wir jetzt erst noch einen wieder weg der da nicht hingehört und das ist die stelle wo nach schon ja das klappt auch gut hier ne warum hat er das jetzt gerade nicht gemacht naja und kommen jetzt hier ja das war schon richtig so dass er da nichts baut hier da auch wieder nicht angeschlossen ne auch sehr schön ne so das lassen wir mit kutsche erschließen weiter und da machen wir den bahnhof hin hier hinten geht nichts mehr gut das ist gerade noch mal lang fahren gucken ob wir das so machen wollen da ist die frage ob wir weiter fahren zu diesem städtchen hier aber das machen wir alles dann wahrscheinlich in der nächsten folge jetzt erstmal hier im bahnhof bauen oder das depot schon mal hin die muss auch noch ein bahnhof hin gut brauchen wir dennoch nein brauchen wir nicht mehr jetzt hier hin lock auswählen anlänger dahinter machen wir zwei fahrplan neuer fahrplan von wo nach wo fahren war von isenhagen fahrplan von isenhagen das habe ich nicht erwischt da ist das da oben kirchheim kann jetzt natürlich sehen in das geschrieben kirchheim doch doppel h und und kirchheim noch nach hier hin und dann wieder zurück nach hier dann haben wir die strecke schon einen anderen fahrplan das können wir glaube schließen das können wir dann schließen dann ist der da drauf und wir starten den zug so und hier können wir schon einen stadtbus einführen hier nicht dieser kann definitiv abgeschafft werden oder so der fahrplan die dieser sagen ist klar wir sind drauf aber wird ausgemustert so immer sondern stadtbus haben wo wir das depot das war irgendwo unterwegs da oben da 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 also die linie müssen wir dann auch noch bauen ne die haltestelle wir haben hier das liegt außerhalb von dem dingen dann eins zwei haltestelle eins zwei eins zwei haltestelle das heißt wir müssen da so machen und dann muss er noch eine alte stelle hin aber jetzt habe ich den aus und weg gemacht so und dann den fahrplan stadtbus blankenburg schuss und er fährt von da nach da passt so oder ja naja jetzt habe ich ja lass so starten das ist nur die frage wir haben hier noch eine kutsche am laufen ja komm lass die fahren und da ändern wir den fahrplan und die fahren von blankenburg nach dem hafen hin ist das schon stadtbus ne da ist ja isenhagen nicht blankenburg der da ist es fährt jetzt hat er noch fragt ja weil er da vorbeifährt passt so dann sind da zwei kutschen das macht auch sinn weil die ja hier alle hier kommen ne mit dem zug so hier müssen wir diese kutsche noch ändern die da fährt das fenster zu stadtbus blankenburg ok achso das ist die neue der da alles klar passt kann man so lassen brauchen die andere kutsche diese hier die müssen wir umändern die ist jetzt auch nicht laden wer fährt dann da fährt der dahin ah der fährt zu burg alles klar und nicht laden können wir umswitchen fahrplan ist dann fahrplan ist dann kirchheimburg müsste das sein wahrscheinlich ein stadtbus kirchheimburg und fahren wir dahin ja und wir haben die fracht noch dabei passt hat gut geklappt dann dann fährt der gleich in eins durch so ist die frage achso den haben wir umgeswitcht weil der dann auch da fährt das passt burg haben wir angeschlossen fahren auch zwei ja wahrscheinlich dann jetzt raus oder das kann auch ok so sein und dann haben wir als nächstes richtung kommen berg ne lauf ist es dann ok und lauf muss dann noch angeschlossen werden ist dann die frage von wo ne wahrscheinlich von hier unten macht sinn hier lang aber wir machen hier ersten cut ausgegebenen anlass und ich sag mal recht herzlichen dank fürs zuschauen und mich freuen wir das nächste mal auch wieder mit dabei sein falls ihr noch keiner überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht und die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanal teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao auf den auf das w bei Untertitelung des ZDF, 2020